Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch wenn die Ananas bei uns schon lange zu etwas Alltäglichem geworden ist, nimmt sie unter den exotischen Früchten immer noch einen besonderen Platz ein. Mit ihrer Grösse, der schönen, fremdartigen Erscheinung und der dekorativen Blattkrone setzt sie Akzent im Früchtenkorb und regt die Fantasie an für die Kreation von unvergleichlichen Desserts, aber auch für viele andere Gerichte. Auch im Rezept, welches Armin Amrein uns mitgebracht hat, braucht es Ananas. Richtig, es ist ein Schweinsbrot an Honigmarinade mit Ananas und das geht es auch. Für die Marinade Curry, Ingwer, Geien, Honig und Ketchup mit Weisswein, Quarkompressen, Knoblauch und Erdnussöl zu einer Marinade fürieren. Den Braten damit rundherum einpinseln und mindestens 30 Minuten kühlstellen. Im Vorgeheizern noch eine Viertelstunde anbraten. Einmal wenden und den Deziliter Weisswein wieder zugiessen. Dann die Temperatur reduzieren, das Fleisch salzen und weitere 20 Minuten schmoren. Und auch während dieser Zeit das Fleisch ab und zu mit der Marinade bepinseln und ein- bis zweimal wenden. Richtig und ebenfalls während dieser Zeit die Ananas schälen, halbieren und mit flüssigem Anken, Honig, Pfeffer und Salz einpinseln. Zusammen mit dem Fleisch nochmals eine halbe Stunde mitschmoren. Wenn es so weit ist, den Schuh abziehen, mit dem Saucerahm aufkochen, abschmücken und mit dem tranchierten Braten und der Ananas servieren. Das Rezept für den Schweinsbraten mit Ananas finden Sie wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Danke Armin. Ein Rezept, das am nächsten Sonntag sicher für die richtige Stimmung am Tisch sorgen wird. Die Ananas stammen ursprünglich aus Brasilien. Heute werden sie aber praktisch in allen tropischen Regionen der Welt angebaut. Jede Pflanze entwickeln nur eine Blüte und nur eine Frucht. Sie werden mehrmals im Jahr abgepflanzt und geerntet und sind darum das ganze Jahr erhältlich. Die Ananas, die Sie jetzt in unseren Läden zum Aktionspreis kaufen können, kommen aus Ghana in Zentralafrika. Sie sind süss und reif, also voll genussbereit. Wer will, kann es aber noch gut eine Woche lagern. Allerdings nicht bei Temperaturen unter 5 Grad. Sonst kommen es schwarze Flecken rüber. Der Kühlschrank ist also für diese Frucht nicht empfehlenswert. Wenn es Ihnen schon passiert ist, dass Sie eine Creme oder eine Torte machen wollten, die einfach nicht fest geworden ist, liegt das nicht an der Gelatine, sondern am Bromelin. Immer ein Enzym in der Ananas, das das Eiwein spaltet. Es gibt aber einen einfacher Trick für das. Wenn man die Ananas oder übrigens auch die Kiwi schnell ins heisse Wasser legt, wird das Enzym inaktiviert und das Dessert gelingt bestimmt. Ananas offerieren wir Ihnen, wie schon am Anfang erwähnt, jetzt zum Aktionspreis. Auch junge Eranien sind günstiger. Vier Stück kosten nur 8,80 Euro. Gobe Tisswiss mit Aroma im Duopack kommen Sie über für 3,90 Euro. Mit der Go-Profit-Karte gibt es zwei Parigette für 95 Kronen. Sie wissen ja, Go-Profit Plus. Vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse. Eine wunderschöne Ostere. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Danke.